Hi, ich bin Simon und ich habe einen großen Traum. Doch dafür hat Simon nicht viel Zeit, denn er leidet an Muskeldystrophien. Und dass so eine Reise viel Geld kostet, könnt ihr euch denken. Mit eineinhalb Gehältern kommt da nicht so viel rüber. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. Unser Ziel ist es, Simon nach Amerika zu bringen und ihr könnt uns dabei durch eure Spenden unterstützen. Naa, du bist bist du sehr. Ich bin Simon nach Amerika zu bringen. Ich bin Simon nach Amerika zu bringen und erinnert, dass es immer mehr Geld ist, wie ich finde, was er immer mit dem Geld aufgehört. Ich bin Simon nach Amerika zu bringen und ich bin THEM. Ich bin nicht mehr Geld, wenn ich die Beachtelung ab schätze, Ich bin nicht mehr Geld, wenn ich die Becheide, wenn ich die Bechidebeherber in meinerып Rede auch nicht leise. Ich bin nicht mehr Geld, wenn ich die Becheide bin. покупiere zu einem Becheide, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind Simon, Thomas, Antonia, Roberto und Janis und wir bitten euch, spendet uns. Danke. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.